Ja, sind SWF, Mrs. Vanessa und srfb.2 Ist es eine Frau, Mrs. Vanessa? Keine Ahnung. Warum? Man hört sich so an, man nicht. Lass doch Support gehen, VDM. Bann. Die haben halt die ganze Zeit den Shotboxer hochgehoben und dagegen gefangen. Ja, VDM. Versuch das Fahrzeug zerstören. Das ist jetzt gleich mit dem Hemet, der ja hier die Fahrzeuge vdmt. Ich meine, ich stehle mich hier mit dem Hemet. Aber ich habe eh Aufnahme laufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch SWF ist. Juli, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es SWF ist mit dem Hemet. Weißt du, mit dem kleinen Hemet, die hier vdm. Das kann natürlich auch sein. So vdm. Wieso SWF? Oder dieser SWF wie Funksmith? Hm. Ich muss nicht das Fahrzeug fahren. Oh, oh. Ich habe gerade mal eine Frage. Wollen Sie kurz mitkommen? Ich muss kurz was mit Ihnen sprechen. So, wie viel kostet das jetzt der Truck? Ich muss schnell mit Ihnen sprechen. Ja, warum geht's? Privat unter die Augen. Ich muss nochmal mit den anderen, die haben dann schon schon geredet. Ich muss kurz mit Ihnen reden. Ja, der Paul. Ja, siehst du, siehst du. Da, was hat man schon spannend. Oh, 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 oh. Der rennt über die Straße jetzt. Der hat gecallt auf mich. Der hat aber nicht gecallt auf mich. Das ist kein Überfallcall, was er macht. Ja, ich weiß. Kriege ich kurz Ihre Waffe? Ich bin zwei Spassi-Star. Aussteigen habe ich nicht. Der hat auf mich keinen Überfallcall gemacht. Dann hole ich halt meine Ellen her. Kriege ich kurz ein Fahrzeug? Also, mal ganz kurz als Info. Bevor du hier irgendwas anderes machst, ne? Schöner Gesetzesbruch, muss ich schon sagen. Wohna, zeig mal, was für ein Gesetzesbruch? Hm, sagen wir es mal so. Leute anfahren. Mit voller Absicht. Dann haben wir hier nochmal den Gesetzesbruch. Was redest du da? Dann haben wir hier nochmal den Gesetzesbruch. Dann haben wir hier nochmal den Gesetzesbruch. Ja, dann haben wir hier nochmal den Gesetzesbruch. Also... Ist Dr. Michael bei dir? Nein, der hat nur eine Karte geschlagen. Ja, man wird sich sehen. Man wird sich wiedersehen. Ja, soll ich dir was sagen? Die haben auf mich gecallt, aber keinen Überfallcall. Und RDM gemacht. Nice. Haben die nicht hier Chancen? Ja, haben sie. Gut, Support. Da gibt es für mich nichts Besseres zu tun als Support.